Willkommen zurück zu Folge 3 unserer Jurassic World Reihe und wir hatten heute schon eine Folge gemacht und ich habe gesagt, sobald hier der Content nachgereicht wird, dann werden wir nochmal reinschnuppern und als allererstes wollen wir schnell Gold einsammeln, das machen wir immer gerne vorne weg, um unser Konto zu füllen und gut gewappnet zu sein, denn die ganzen Matches kosten in der Regel Gold und deswegen bringen wir direkt mal alles auf Cooldown, was nicht nid und nagelfest ist, das wollte ich gar nicht, aber dann sammeln wir hier nochmal auch Szenario 4 ein, wunderbar, auch nochmal 3000 Cash & Attach, da sagen wir nicht Nein zu und vergessen auch die anderen Buildings nicht, die jetzt nicht mehr in Radius gewesen sind, doppelt hält besser, falls wir was vergessen haben, wunderbar, das läuft doch wunderbar, schön, Futter, Futter können wir immer anwerfen, haben wir noch ein bisschen cooler, 108k hauen wir raus, und öffnen den Pack, machen wir das auch noch hier, zack, 10$ Cash & Attach und wir kriegen eine sehr seltene Karte, den Ophiakodon, wow, das ist cool, das freut mich, dann haben wir wieder einen weiteren neuen Dino in unserer Reihe, in unserem Haus aufgenommen, Ich bin gespannt, wann wir hier den nächsten Step erreichen, da sind nicht mehr allzu viele, die uns noch fehlen, aber das sind, wenn überhaupt, dann noch seltenere, also ihr seht, hier blinkt es, hier ploppt alles auf, alles will irgendwie Beachtung finden in diesem Spiel, Und man muss so ein bisschen den Übersicht wahren und hier nochmal 60 Minuten Cooldown, dann ist der auch fertig, ja, einlösen, immer das, was man einlösen kann, sollte man auch mitnehmen, hier sind Nummer 50k geschenkt, das nehmen wir auch noch, Danken an, dann gucken wir mal, den können wir ausblüten lassen, 25 Scheine, ja, ich denke mal, das ist in Ordnung, dann haben wir einen guten Content nachgeliefert, Gut, da sind die 25 Scheine, die wir sowieso gerade in den Pack hatten, gut investiert, gut, dann schauen wir mal, was Neues dabei ist, wir haben einmal ein DNA-Packet bekommen, und das ist in der Regel auch nicht so teuer und auch, glaube ich, nicht so schwer, dann haben wir noch den Xifatinus am Schüssel, der muss auch noch besiegt werden, ich denke mal, das wird das Interessantere sein, wir schauen mal direkt rein, das ist nur ein Match, 213er-Rot, da würde sich der Lila eine anbieten, und wenn ich in meine Lila eine Liste schaue, ist in diesem Kampf also gar keiner erwünscht, das heißt, wir müssen also Mirror Matches an den Start bringen, Rot besiegt Blau, das heißt, wir haben keinen Lila, sondern müssen uns dann mit dem schlagen, was wir haben, würde ich sagen, fangen wir auch mit der Schildi an, Protostega wird hier im Mirror Match antreten, dann besiegt Rot auch Blau, das heißt, wir könnten noch einen zweiten Linden picken, und dann besiegt Blau zum Schluss, für 100k, den Lila nennen, und Protostega, jetzt gegen Protostega im Mirror Match, unserer ist knapp vorne mit 3 Leveln, und wir gehen mal auf eine zusätzliche Attacke in der nächsten Runde, Tja, er geht direkt All-In, das wird nicht reichen, wir haben einen 3er, ist ganz knapp, könnte uns aber dann was kosten, ich weiß es nicht genau, ob man an dieser Stelle vielleicht lieber da sagen sollte, let's go, oder nicht, let's go, 146 würde jetzt der zweite Schlag bringen, und der dritte würde vielleicht ausreichen, könnte sein, müssen wir halt All-In gehen und beten, dass es reicht, es reicht, wunderbar, also den haben wir besiegt, dann sind wir jetzt vorne, haben auch den Counter am Start, haben mit dem nächsten den Counter am Start, er hat nur die zwei Attacken, die muss er sich eigentlich snacken, und wir können dann mit unserer 3er-Attacke, oh, er hat ihn nicht mal besiegt, das ist ja sensationell, das heißt, wir kriegen Freeloot an dieser Stelle, und besiegen auch ihn hier, das ist natürlich sehr, sehr schwach, aber ihr habt gesehen, er hatte nur eine 12er-Attacke hinten raus, und jetzt kommt die 110er, das wird knackig, den wird da One hätten können, dann noch reinvestieren in die nächste Runde, das heißt, der wird uns auch verloren gehen, aber macht er nichts, weil wir dann noch den direkten Counter am Start haben. Leptocleidus, All-In, 4 Attacks, das wird nicht allzu viel Schaden sein, da wird noch eine Menge geblockt, und ihr seht selbst 50 Schaden, aber das macht gar nichts, weil wir haben ja in der nächsten Runde dann unseren starken Säbelzahn, Schwertfisch am Schüssel, und dann könnte er ihn quasi weghauen. Also, Onchopristis, hau mal rein und hol uns den Sieg, das machst du wunderbar, 227 Schaden an dieser Stelle, cooler Win, und mal gucken, was wir da als Belohnung kriegen, was ist im Glücksrad drin, schauen wir rein, ab geht die wilde Fahrt, 340 DNA Points, 100 Dollar gesnackt, 340 DNA, und wir kriegen den Xifatinus, also auch das ist cool, und würde uns, glaube ich, in der Herstellung 50 Scheine kosten, also von den abermals 100 eingefahrenen, würden wir dann quasi 50 reinvestieren, und das ist lohnenswert, weil die haben halt den enorm hohen Zeitfaktor in der Herstellung, und jetzt sind wir sowieso voll besetzt, das heißt, für heute wird da eh nichts gehen, wir holen uns dann auch noch die kleine Belohnung ab, wunderbar, und schauen dann noch in die letzten Kämpfe, welche da wären, DNA Packages, und das ist, was ist das, ein 1 gegen 1, okay, das ist in der Regel dann immer das klare Mirror Match, meine Vorgehensweise in diesen Duellen ist, einmal Gelb, dann zweimal Blau, einmal Gelb, dann hast du danach die Vierer Attack, und die wird in der Regel reichen, also hier kannst du ein Blau zweimal Gelb machen, dann wird er entweder angreifen mit seinem Vierer, dann haben wir ein Blau, das könnte sich ausgehen, ja, reicht, seht ihr, aber manchmal hat man auch Pech, ja, dann hat er wirklich hochgepokert, aber den Fünfer wird er nicht durchhalten, deswegen werden wir da jetzt den Win einfahren, bumms, 4,61, zack, gewonnen, und das machen wir jetzt zweimal noch hinten ran, und dann soll es das auch gewesen sein, aber ich sehe gerade, wir kriegen noch einen Co-19 rein, da werden wir auch schnell versuchen, noch die Zusatzpunkte zu ergattern, ich glaube, den hatten wir heute Vormittag auch schon mal am Start, und vielleicht können wir ihn auch dieses Mal besänftigen, ein hoher roter Balken, wenn ihr mal links oben schaut, da ist einiges gefordert, damit man ihn überhaupt ruhig stellt, jetzt sind wir schon in der Blauen Phase, also da ist er schon ruhig, da kann eigentlich jetzt kaum noch was schief gehen, aber wir sind natürlich jetzt auch darauf aus, den Bonus oben grün, oben rechts mitzunehmen, und das haben wir geschafft, wunderbar, kriegen also die 35 DNA-Punkte, plus nochmal die 5 Abzeichen, plus die 220 Experience, also alles in allem lohnenswert, immer mal wieder bei euren guten, reichen Dinos vorbeischauen, die abloten, dann gibt es auch nochmal ein bisschen Gold, und dann gehen wir jetzt auch schon noch in die letzten 2 Kämpfe, und ja, das sind Mineral Matches, guckt einfach, gute Attacke ist immer gut, aber schaut auch, dass die euch jetzt nicht mit 2-3 Schlägen schon besiegen, deswegen ist der HP Pool auch nicht so schlecht, das ist jetzt mal eine knappe Kiste, weil der hat sehr, sehr viel Schaden, und dieser Grundschaden kann ein Problem sein, muss nicht, kann aber, je nachdem, was der Computer für eine Taktik fährt, ihr seht selbst, hier haut er schon mal den 1er raus, ja, also direkt in mein Gesicht rausgehauen, und das heißt, wir müssen uns einmal schützen, weil sonst sind wir schon tot, er hat jetzt den Doppel-Attack, aber wir können danach, ja seht ihr, jetzt ist ja die Frage, er könnte jetzt die 2 Schilder investiert haben, dann stehen wir nämlich da wie der Vollidiot, und deswegen gehen wir in den Doppelblock, und schauen einfach mal, was er jetzt gemacht hat, also er hat auch schon gepokert, das könnte unser Ende sein, je nachdem, ja, haben wir Glück gehabt, 1 investiert, das heißt, er hat 3 für sich behalten, das könnten 2 Schilde sein, und mit 2 Schilden würden wir den wieder nicht besiegen, deswegen, wir müssen noch eine Runde pokern, das kann jetzt komplett falsch sein, weil wenn er jetzt auf den 4er, 5er sogar geht, ja, können das 3 Schaden sein, das könnte zu viel sein, aber er geht auf gar nichts, das ist irgendwie sehr seltsam, aber ich glaube, den 6er wird da nicht knacken können, ja doch, kann das, siehste, also das war auch das, was gerade ich schon gemeint habe, diese 2 Unterschied hätten nicht ausgereicht, und jetzt sind wir tot, das kostet uns einfach mal eine Runde Leergeld, deswegen, hier immer diese Vorsicht, äh, walten lassen, was diese Kämpfe anbelangt, mit der Variation, äh, von Unterschied HP zu Schaden, ähm, sucht euch da wirklich Dinos aus, nicht so wie ich jetzt, ähm, die einfach schon sehr, sehr viel Schaden haben, ähm, hier ist der Pool einfach etwas größer, damit lässt es sich, finde ich zumindest, was diese Kämpfe angeht, einfacher taktieren, weil der geht immer am Anfang auf den 1er, seht ihr, und das sind ja schon mal gute 95 Damage, äh, wir können jetzt, ähm, letzten Endes, der wollte eben sparen, ne, sollen wir mal, wir, wir taktieren das jetzt, also eben hat er gespart, mal gucken, was er jetzt macht, ähm, jetzt macht das nicht, das ist schon Strangers in Moskau hier, und ich weiß nicht, ob der 4er ausreicht, schauen wir mal, könnte aber sein, und dann könnte das auch schon der Win sein, ja, also, seht ihr, hätten wir jetzt nicht ein Dino genommen mit viel viel Pool, also HP Pool, dann wäre das auch schon wieder schief gegangen, also da muss man immer variieren und gucken, äh, welcher ist jetzt taktisch der klügste, äh, nicht zu viel viel Grundschaden, also 68 ist besser jetzt, äh, finde ich als den zu nehmen, weil, wenn ihr euch in der ersten Runde schon einen reinbrezelt, dann nach zwei Attacks habt, dann müsst ihr ja schon in die Defensive gegangen sein, um das Ganze abzuwehren, und, ähm, deswegen finde ich das jetzt besser, etwas niedrigeren Grundschaden, und dafür dann mehr HP, jetzt durften wir mal anfangen, eben war es ja andersrum, gucken, was der liebe Herr Gegner macht, er geht wieder auf die 1er Attack, äh, da seht ihr, 68 Schaden, ja, das tut jetzt nicht ganz so weh, deswegen gehen wir einmal auf den, äh, auf die gleiche Taktik, ähm, wie eben, und hoffen jetzt, dass er nochmal attackt, das ist immer besser, aber der Gegner ist natürlich auch schlau, äh, der hat jetzt wieder 2 gemacht, ähm, aber 5, 2, 3, müssten wir jetzt überlegen, also 3 Schaden würden wahrscheinlich nicht reichen, um den Pool zu machen, ne, deswegen, an dieser Stelle, vielleicht ist es gut, 2 Schaden zu machen, ähm, 2, ähm, Schilde hochzufahren und eine Zusatz-Attack zu wählen, ähm, ja, das könnte er schon mit seiner 3er Attack, jetzt zwingen wir ihn auch schon mal was zu machen, macht er wieder nicht, also wieder auf 3 Defensive, ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach für uns zu handeln, wir könnten auf 4 ein Schild gehen, aber dann kriegen wir ihn auch nicht tot, deswegen, wir gehen jetzt auch mal auf die Greedy Attack, hauen uns das 2er Schild drauf und beten einfach, dass er jetzt mit den 4, ah, sogar 5, das könnte sogar wieder reichen für ihn, wenn er jetzt 5 Attack macht, macht er nicht, also auch da geht er wieder in die Defensive, das ist irgendwie sehr, sehr strange, aber wir haben 3 Zusatz, 7 sollten reichen, um diesen Kampf meiner Meinung nach, jetzt für uns zu entscheiden, das tut er auch mit 5 plus Attack, ist eigentlich Ende im Gelände, 612 Schaden, wunderbar, gut, haben wir auch das Duell für uns entschieden und gucken mal, was dann hier die Belohnung ist, hoffentlich mehr als 150, na, es ist die 100, hey, wir haben uns sogar runtergewirtschaftet, naja, gut, 100 Punkte sind 100 Punkte, dafür haben wir ja auch nichts investieren müssen, gut, das soll es also auch gewesen sein, wir nehmen noch den Code 19 hier mit und holen uns auch noch die Punkte ab, alles in allem, denke ich, eine ganz gute Runde, ein bisschen DNA bekommen, einen seltenen Dino bekommen, also das lohnt sich immer, ihr seht selbst, diese Duelle anzunehmen, diese Daily Kämpfe zu machen, das pusht euch nochmal in eurer Stärke eures Kaders, wenn ihr dann später auch mal auf stärkere Dinos trefft, dass ihr mehr Varianten habt, dass ihr stärkere Dinos habt und gerade, ich sag mal so, im 30 plus Bereich ist es einfach so, dass ihr auch darauf angewiesen seid, seltenere Dinos zu haben, jetzt können wir sogar noch einen Code 19, meine Güte, damit ihr, ja, aus den Vollen schöpfen könnt, denn es ist meistens so, dass ihr dann eher recht seltene Dinos haben müsst, die von Belang sind, die sind dann nicht ganz so hoch vom Level her, aber die Masse, da macht es dann auch aus, also ein paar 10er oder 20er zu haben von sehr seltenen ist auf jeden Fall lukrativ und, ja, die kriegt man auf jeden Fall, wenn man regelmäßig seine Kämpfe bestreitet. Eine Runde haben wir noch, wunderbar, haben wir es auch gemacht, perfekte Eingehung, gut, da haben wir sogar noch einen, den mache ich aber jetzt nicht mehr, also den schenke ich mir jetzt für das Video, das muss ja nicht ungenötigt in die Länge gezogen werden. Ich danke euch fürs Zuschauen, und wenn Fragen sind, in die Kommentare gerne, ich versuche es zu beantworten und, ja, viel Spaß beim, bei euren Kämpfen und viel Erfolg wünsche ich euch, dass ihr besseren Loot bekommt, als den, den ich bekommen habe. Gut, bis dann, haut's rein, euer Jammers, bye-bye und tschüss.